joa freunde was geht ab was geht ab ich habe zwar gut geschlafen aber ich habe verschlafen ich habe meinen zug verpasst heute muss ich einfach shoppen gehen freunde in einer anderen stadt ich habe einfach mein zug verpasst weil ich verschlafen habe aber freunde nicht desto trotz es geht trotzdem jetzt los ich muss irgendwie den nächsten zug schaffen das wird auch genau aber ich schaffe ich gehe heute so das ist mein style mit dieser hose diese legendären hose gehe ich heute shoppen ich glaube das wird das letzte mal dass diese anziehen deshalb ist wichtig und viel reden freunde ich muss jetzt so einfach fahren es wird zeit ich muss jetzt einfach shoppen ihre freunde ist einfach in bremen wir sind jetzt einfach in bremen angekommen einfach sonne mann egal alter das wetter sogar einfach warmes wetter auf einmal sonne ist das ich warte auf mein kumpel der mich umsteigen muss ist der kommt dann gehen wir zusammen einfach irgendwo hin wir gehen einfach mir neuen style suchen ihr mögt ja mein style nicht ja meine hosen ist das dass ich die einfach frisch bin ok freunde kurz für alle die hier neu sind auf diesem kanal bitte abonniere diesen kanal ich werde in diesem jahr sehr viele videos bringen sehr coole videos ich habe sehr viel in planung freunde ich will nichts verraten aber lasst euch überraschen und auf jeden fall freunde lasst mal ein like da wenn euch das video gefallen wenn nicht dann halt nicht und ja freunde lasst mal einen kommentar da für den algorithmus raus jetzt geht's los heute werde ich von dem umgestylt ja ich bin gespannt auf jeden fall also was du so bereit bist alles anzuziehen oder ich werde alles anziehen hauptsache guten style also so wie dein zum beispiel das ist einfach so sagen sind einfach jetzt gehen wir holen wir ja ich würde erstmal sagen in die stadt richtung mal gucken was wir finden und mal gespannt was der beso mir aussuchen ich bin ehrlich ich habe noch nie so viel also bei jack und joints habe ich immer so ein t-shirt gekauft oder so wo so oder so von schwarze und weiß schwarze t-shirts sind halt so kannst du mit alles kombinieren zum beispiel jetzt auch so schwarze und highlight ist immer ganz cool der kennt sich aus ich habe den richtigen ausgesucht wo sind die hosen bruder ich habe probleme bei den hosen nicht hier ja komm mal noch eine hose er sucht die ganze zeit und ich lasse mich einfach überraschen oder die sucht mir einfach hemd und so dies das ich habe noch nie hemd getragen aber okay probieren wir er will mich herum style mal guckt so bruder bist du bereit willst du sehen du bist immer hübsch ich heute nicht so jetzt werdet ihr sehen wie ich hier sehe bruder erstes teil ich glaube sieht gut aus also ich finde eigentlich sieht gut aus und machst du setze auch direkt ab an regeln halten wir uns nicht mehr die sachen fand ich zwar cool aber wir gehen jetzt sind ein paar andere läden haben wir sogar malek junge so freund wir gehen jetzt in andere läden so ein bisschen nachgucken mal schauen ob das was wird wir gönnen uns auf jeden fall paar sachen oder g steht für gern ja so ist das malek muss immer fachs machen immer die marokkaner kopf bin ich von der marokko am stadt die hose hat der bricht ausgesucht du wolltest doch diese breite hosen ja breite hosen passt an mann du kriegst nur skinny wenn die breite hosen an komisch ne guckt euch diese drip an tschüss aber wieso nicht schuhe jetzt ich schwöre dir jetzt kommt diese jacke besser sogar echt ehrlich ja mann weil jetzt hast du kontrast mit schwarz und so siehst du gut aus ehrlich das geht's oder muss ich sagen ja geht klar ich würde das tragen das ist das denn ich bitte dich ali ich bitte dich das ist wichtig ja das ist scheiße diesen rosen egal danach werde ich wegschmeißen direkt wegschmeißen nein wegschmeißen nicht kann verschenken wir haben ein paar sachen jetzt gehen wir zur kasse es wird wehtun geld zahlen tut immer wer aber so teuer war das auch nicht ja tik tok millionär der malik man kann es für mich zahlen ja freund und maske ist besser aber man muss ja die maske tragen also gehen wir jetzt zur kasse zahlen wir und dann geht es auf den platz gehen gleich fußball spielen wir sind jetzt fertig mit shopping und hier die hose wird geschichte sein ist vorbei ich glaube die hose werde ich nie wieder tragen nie wieder das fast okay was soll ich sagen freunde was fandet ihr besser also welchen outfit fand ihr besser den ersten oder den zweiten also ich würde sagen der zweite oder der zweite war besser der zweite war besser malik was sagst du der erste oder zweit das zweit das zweit das heißt das outfit okay das outfit ja das zweite das das zweit du deutsch lehrer du besser ich kann nicht mehr Du hast meine ehrische Meinung von 1 bis 10. Wie findest du meine Nutri? 8 von 10! Und mein Murphy jetzt gerade? 1 von 10! So, meine Liebe, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich trinke meinen Matty. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Abonniert diesen Kanal. Mama, Mama, die gibt es so. auf jeden fall freunde es tut mir halt für dieses ende aber abonni diesen kanal wir sehen uns in dem nächsten video in dem nächsten video gibt es ein spiel mein team gegen malik sein team und ich sage euch pure unterhaltung eskalation aber auf meine art und weiß